Hallo Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video. So, heute habe ich wieder mal etwas ganz Spezielles für euch, beziehungsweise für mich. Eines meiner Lieblings essen und zwar Schnitzel, Wiener Schnitzel, um genau zu sein. Vom Schwein, nicht vom Kalb, aber egal, Hauptsache lecker. Dazu habe ich Gitterpommes, natürlich mit Ketchup und was für mich persönlich nicht für einen Schnitzel fehlen darf, sind Zitronen und Breiselbeermarmelade. Ich weiß, manche werden mich für verrückt halten und sagen, was Marmelade zu Schnitzel, aber vertraut mir, ihr habt noch nicht richtig Schnitzel gegessen, bevor ihr es nicht mit Zitrone und Breiselbeermarmelade gegessen habt. Vertraut mir einfach. Ja, dann würde ich sagen, bevor wir anfangen, bitte vergesst nicht, abonnieren, zu liken, eventuell einen Kommentar zu hinterlassen und vielleicht das Video noch zu teilen. Mit allen ASMR-Liebhabern, die ihr kennt. Alles klar, dann lasst uns reinhauen. Wiener Schnitzel Wiener Schnitzel Wiener Schnitzel Wiener Schnitzel Wiener Schnitzel Ich liebe es, ich liebe es. 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 Ich glaube, ich habe auf dieses Video schon eineinhalb Wochen lang gewartet. Ich habe mich so gefreut. Ich habe mich so gefreut. Ich liebe es, ich liebe es, ich liebe es. Ich liebe es, ich liebe es, ich liebe es. Ich liebe es, ich liebe es, ich liebe es. Es ist sehr schön. Ich liebe es, ich liebe es, ich liebe es. Ich liebe es, ich liebe es, ich liebe es. Ich liebe es, ich liebe es, ich liebe es. Kaffee das beste immer zum schluss das sogenannte gourmet bissen alles klar leute es war mir wieder mal eine absolute ehre danke fürs zuschauen die nächsten paar videos und werde ich wieder mal auf englisch machen mit deutschen untertiteln damit ich auch nicht meine englischsprachige community im stich lasse die waren zumindest diejenigen die mich als erste unterstützt haben ja nochmals ein kleines vorwort dann danke fürs zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten video macht's gut leute bis und und die